Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Clash Royale mit mir und Florian und heute versuchen wir mal mit einem riesen Deck Arena 8 zu bekommen. Heute. Ich war kurz davor, bin leider dann wieder abgestiegen und jetzt versuchen wir es nochmal. Starten wir mal mit dem ersten Fight. So, Prinz ist gleich mal ganz offensiv hier, dass wir gleich mal ein bisschen feiern können. Ja, schön. Sicher. So. Oh, thank you very much, nee. Boah, dieser Ruhn. Oh, meine Fresse, ich bin schon so richtig. Rund. Ich weiß noch nicht, was da für ein Golem-Deck spielt. Ich bin nur rechts und rechts, was die Prinzessin macht. Jetzt gönnt euch den ja. Gönnt euch. Sicher. Ja. Ja. Könnt man das nicht bloß nachlesen. I'm the princess, man. Hello from me. I'm a fight. Ich bin noch nicht. Ach ja. Ich bin ein Schönen und Tana. Ich bin nur noch nicht. Ich bin doof. Ich bin auch immer noch nicht. Ich bin noch nicht. Oh, schütze, schütze, schütze. Schütze, schütze, schütze. Schütze, 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 schütze. Danke. Because I'm happy and you know what I'll give you too. Because I'm happy. Oh, yeah. Oh, man, Junge, Junge. Oh, man, Junge, 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 Junge. Ich mach jetzt ganz ordentlich damage, wenn Tower fällt, ganz sicher. Und wir hoffen nicht aufzupuschen, wir machen grad weiter. Was ist bei? Och, man. Kommt immer durch an den Prinzen hier, man. Komm, Prinz, 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 Prinz. Of course. Of course. So, man. Setz mich jetzt enough. ein Braten. Da brat mir doch einer ein Storch, ne? Da brat mir einer doch ein Storch, oh Mann. Na ja, ne Goldtruhe, was soll ich dazu sagen? Ist aber auf jeden Fall besser als ne Supertruhe. So Leute, fangen wir gleich mal mit der offensiven Prinzess an. Zeigen wir uns schon mal unsere... Oh, Level 7. Oh, Feuerball, Feuerball, oh je. Du kommst doch nicht durch, nein, 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 nein. Du kommst doch nicht durch, nein. Ich hatte keinen direkten Damage dabei. Bitte. Oh, ja, den Bomber. Das ist doch zum Kotzen. Oh, der macht die Bomber-Taktik. Oh, das ist doch so zum Kotzen, Mann. Das ist nur so Oro-Suchacho. Das ist nur so Oro-Suchacho. Das ist nur so Oro-Suchacho. So scheiße war der Alter. Willst du mich? Bäh. Okay, naja. Nein, 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 nein. So kommst du hier nicht vorbei. Oh, kein Bock mehr, ey. Nein, 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 nein. Oh, Seppo. Es ist der Final, Seppo. Bam. Krieg ich das nicht mehr hin. Fackts kack zur Zeit, Mann. Siehst das? Doppel-Taktik-Faser. Doppel-Taktik-Faser. Bumber nicht bereit. Bumber ist nicht ready. Bumber ist nicht ready. Bumber ist nicht ready. Weiter, weiter, weiter. Ich bin nicht beeindruckt. Ich muss mich jetzt richtig abbehalten. Der Damm-Fan-Damm. Mh. Das schaff ich jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein. Oder nein. Was? Warum? Alter, scheiß Ruße, ey. Maaan. Naja. 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 Jungs. Was soll ich dazu nur sagen? Scheiße, was? Fragen wir mal nach Testspielern. Vielleicht nehm ich ja mal eine an. Keiner. Soll ich meine Unruhe und ein Riesen-Parabellaren vielleicht mit dem was geht? Ich denke aber auch irgendwie nicht. Mann, warte mal, warte mal. Ach, Riesensklett, das kümmert sich nochmal an der Abwärtung. Naja, werden wir mal sehen in der nächsten Runde vom Clash Royale. Oder warte mal, komm, wir machen noch einen Fight. Ich will jetzt mal wieder gewinnen. Oh ja, oh fucking... Nein, nein. Hier kommt die Manfuhr. Nein, nein, nein. Nein. Hoppa. Gott ist der Scheiße meine Fresse. Ich glaube, ich habe einen deutlichen Elixiervorteil. Und jetzt ein Skeletz spiele ich gleich aus. Los Schelle. Go. So. Geh bitte an Tau. Geh einfach bloß an. Oh. Oh. Bitte. Geh doch einfach nur an Tau. Mann bist du scheiße. Oh. 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 So hört er sich an. Oh. Oh. You are very much, ne? You are very welcome. Fristin. This could be a performance. OZ-O! A-E-N-N-O! A-E-N-D-O! A-E-N-O! 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 Untertitelung. BR 2018 Nicht schlecht, nicht schlecht an den Gegner, gutes Spiel, viel Glück weiterhin. So, diese Runde beenden wir mal mit einem Sieg, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Warte mal, was wir euch nehmen, was wir euch nehmen. Megalakaia, mal fordern. So, spinne mein Spin-Number. Das war's mit dieser Folge von Clash Royale. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst einen Daumen da und vielleicht ein Abo. Würde mich sehr drüber freuen und ciao.